Gustav Gustl Hoda. Gustavsson genannt. Wie hat dir das Training gefallen? Ja, ich bin nicht so richtig reingekommen. Einen fast Überschlag habe ich gehabt. Und dann bin ich eigentlich nicht so wirklich flott ins Fahren gekommen. Ist ein bisschen ausgefahren für meine Kraftlosigkeit da. Was hast du heute für ein Motorrad mieten? Das ist eine Husaberg 501, umgebaut auf Motocross. Das war einmal Enduro. Im Großen und Ganzen hat es die Komponenten, was das Metz 95 als Weltmeister gehabt hat. Nur hat der einen 680er Motor gehabt. Du sagst allgemein zu Strecken? Die Strecke ist sehr schön, sehr selektiv. Könnte fast ein bisschen feuchter sein. Super. Viel Spaß im Schuler. Dankeschön.